Trail-Running-Schuhe mit relativ wenig Dämpfung, um einen möglichst natürlichen Laufstil zu erzeugen und trotzdem ordentlich Grip im Geländer haben? Geht das? Das schauen wir uns heute an beim Test des etablierten und beliebten La Sportiva Bushido 2. Ganz zu Beginn muss ich kurz aufklären, warum ich jetzt noch einen Testbericht zum Bushido 2 veröffentliche, wo er doch schon wirklich lange am Markt ist. Ganz einfach, ich finde viele Testberichte im Internet einfach unvollständig, nicht ganz korrekt oder schlichtweg zu ungenau. Dem möchte ich jetzt was entgegenwirken. Wie immer geht's los mit den technischen Details des Schuhs, bevor ich ihn am Techniktisch seinem Schicksal überlasse. Wir reden beim La Sportiva Bushido 2 von einem vom Hersteller als Mountain Running Schuh verkauften Trail-Running-Schuhe. Konkreter wird La Sportiva hier nicht, also mit einem klar definierten Einsatzgebiet wird man hier verschont. Bei der Sohle vertraut man auf die eigenen Fähigkeiten und verzichtet auf eine Kooperation mit dem Partner Vibram. Ehrlicherweise zum Vorteil des Schuhs, aber zu den persönlichen Kriterien komme ich gleich am Techniktisch genauer. Die Friction Red wurde hier verbaut, um ganz genau zu sein und das ist im Prinzip eine mittlere Gummi-Mischung. Kein richtig klebender Gummi, aber auch kein Hartgummi, insofern für einen Allround-Schuh natürlich gut angepasst. Zwischensohle bildet eine hauchdünne EVA-Konstruktion. Diese bietet sich hier besonders gut an, da der Schuh nämlich kaum integrierte Dämpfung enthält. Die EVA-Konstruktion ist aber durch den weichen Kunststoffaufbau in der Lage, Energie aufzunehmen, indem sie sich punktuell zusammenknautscht. Der Nachteil an EVA gegenüber vernünftigen Dämpfern ist natürlich, dass das EVA ja eigentlich gar nicht dafür gemacht ist und diese Fähigkeit auch schneller verliert. Ortolite stellt wie so oft die Innensohle zur Verfügung, diese ist aber herausnehmbar und kann dementsprechend auch durch professionelle Sportsohlen oder auch klassische Einlagen ersetzt werden. 6mm Drop kommt beim Bushido dazu, was darauf hindeuten lässt, dass schon eine gewisse Lauftechnik vorhanden sein sollte. Übrigens kleiner Einwurf zum Thema Drop. Dieser Wert beschreibt das Gefälle, oder um ganz genau zu sein, den Unterschied, die Differenz zwischen der Fersenhöhe und der Zehenhöhe. Logischerweise fällt der Schuh von hinten nach vorne um genau diesen Wert. Das beeinflusst maßgeblich den Laufstil, denn ein hoher Dropwert deutet auf eine hohe Ferse hin und das ist dann ein Problem, wenn man eigentlich ein Mittelfußläufer ist. Dann kann sich das Laufen nämlich durchaus komisch anfühlen oder bei sehr hohen Drops sogar gar nicht möglich sein. Ein niedriger Drop setzt wiederum den Mittelfußlauf voraus, aber das jetzt nur in aller Kürze. Jedenfalls lässt sich anhand des Aufbaus sagen, dass hier mit viel Dämpfung, Polsterung und Co. absolut gar nichts ist. Deshalb sollte auch klar sein, wer sich diesen Schuh kaufen möchte, sollte wissen, womit er es letztlich zu tun hat. Wir reden hier von sauberer Lauftechnik beim Rauf- und Runterlaufen. Lässt man sich jedoch auf diesen Schuh voll ein, bietet er definitiv die gesündere Variante des Laufens im Gelände. Noch kurz zum Gewicht. Mit 610 Gramm pro Paar ist der Schuh definitiv ein leichter Schuh, was einfach daran liegt, dass man ihm eigentlich alles weggenommen hat, was nicht zu 100% notwendig war. Ob man das im Komfort merkt oder vielleicht in der Stabilität und wie es mit dieser ultra dünnen Sohle letztlich sich so verhalten hat beim Test, das zeigt euch jetzt wie immer Sebastian vom Techniktisch. So und jetzt am Techniktisch, da schauen wir uns natürlich ein paar Feinheiten und die Passform und das übliche wie immer bei den Trailrunning Schuhen an. Und natürlich brauchen wir wie immer erstmal nur eine. Der Lasportiva Bushido 2. Hier jetzt in der Damenvariante, denn meine Herrenvariante, die ist schon ziemlich abgetragen durch den Test und deswegen, die schaut einfach noch ein bisschen frischer und schöner aus. Grundsätzlich kann man sagen, dass der Bushido 2 erstmal auf 100% Belüftung setzt. Also mit 100% meine ich 100%. Er hat hier auf der Seite Belüftung, er hat hier oben Belüftung, er hat hier seitlich über die komplette Fläche Belüftung, er hat hier auch an der Seite belüftet, es ist überall belüftet. Also das Einzige, wo es keine wirkliche Belüftung gibt, ist hinten an der Ferse und überall wo Sohle ist und ansonsten ist es im Prinzip ein einziges Löchersammelsurium und das natürlich zum Vorteil für alle Leute, die im Sommer unterwegs sein wollen. Da lohnt sich das natürlich dann einen Schuh zu haben, der einfach toll ventiliert ist, damit man nicht vor Schweiß dann im Schuh herumschwimmt. Insofern ist das wirklich, wirklich gut gelöst. Bei den Sohlen, da müssen wir jetzt natürlich auf eine ganz, ganz coole Funktion eingehen, die bei diesem Schuh hier, der jetzt noch sehr neu ist, ein unglaublich tolles Feature ist und bei Schuhen, die sehr abgetragen sind, dann absolut kein Feature mehr ist. Im Detail komme ich gleich noch dazu. Wir haben hier eine Art Break-Mechanismus. Ich hoffe, man kann das halbwegs erkennen. Ansonsten werde ich es euch dann nochmal im Detail einblenden. Es geht im Prinzip darum, dass wir hier, wenn wir auf den Untergrund auftreten, beim Bergablaufen zum Beispiel, hier quasi sowas wie ein Stollenprinzip, wie wir das vom Speedcross 5 kennen, in die eine Richtung haben, aber in die andere Richtung nicht. Das bedeutet, wir bremsen, wenn wir im rutschigen Gelände oder auch im Matsch oder in der tieferen Erde bergab laufen, dann bremsen uns diese harten 90 Grad Widerstände im Gummi ziemlich stark aus. Und tatsächlich, das funktioniert richtig, richtig gut. Im Test muss ich sagen, das funktioniert die ganze Zeit. Das Problem ist nur, wir haben mit dem Friction Gummi hier eine wirklich eher weiche als harte Mischung und deswegen tragen sich diese vorderen Bereiche relativ schnell ab. Also man muss sagen, nach einem Jahr tragen und nach einem Jahr wirklich verwenden für den dementsprechenden Einsatzzweck, aber auch auf Asphalt, da wird das Ganze natürlich noch schneller zu tragen kommen. Da sieht man dann einfach, dass sich diese harten Kanten, dieser harte Widerstand, der hier gebildet wird, durch den Aufbau, durch diesen Aufbau des Gummis einfach schnell abnutzt. Und die Abnutzung führt dann dazu, dass das Ganze logischerweise abflacht, wie das halt einfach bei jedem weichen Gummi oder mittelweichen Gummi der Fall ist, die Sohle wird irgendwann glatt. Also man kennt das von allen anderen Schuhen. Das Problem ist nur das. Wir haben mit diesem Schuh ein Konzept, das darauf ausgelegt ist, dass das funktioniert. Das ist die einzige Bremsunterstützung, die wir beim Bergablaufen haben. Das bedeutet gleichzeitig, wenn die weg ist, haben wir gar keine mehr. Und durch die Tatsache, dass die Dämpfung bei diesem Schuh aufs Minimum reduziert worden ist, also Minimum, wir haben hier wirklich fast gar keine Dämpfung, vielleicht anderthalb Zentimeter höchstens, inklusive Sohle, brauchen wir etwas Bremsunterstützung. Bedeutet was? Nach einem Jahr ist der Schuh im Prinzip zum Auswechseln. Und nach einem Jahr können wir diesen Schuh praktisch nicht mehr so verwenden, wie er eigentlich gedacht war. Und wir müssen eben mit Funktionseinschränkungen rechnen und müssen dann dementsprechend damit leben, dass wir mehr Wadenmuskulatur, mehr Anstrengung, mehr Körperspannung, brauchen, um uns zu bremsen. Und wir werden uns schlichtweg im rutschigeren Gelände schlechter abbremsen können, weil einfach die Abnutzung hier ziemlich stark gegeben ist. Der Schuh bietet sich leider dafür an, dass man ihn auch im Alltag mal trägt, weil er einfach super bequem ist. Er fühlt sich an wie eine Socke. Er trägt sich sehr, sehr angenehm, sehr ergonomisch. Es fühlt sich alles super gut an in diesem Schuh. Und deswegen habe ich den hin und wieder auch einfach mal schnell zum Einkaufen angezogen. Und das ist etwas, das man dem Schuh nicht zumuten darf, wenn man auf die Sohle wirklich einen Wert legt, weil dafür ist er einfach nicht gemacht. Und er verliert, wie gesagt, dann über die Zeit relativ schnell die Hauptfunktion dieser Sohle, nämlich diese tolle Bremsunterstützung, die beim steilen Bergablaufen, also wenn wir steil den Fuß im steilen Bergabgelände aufsetzen, dass wir hier auf diesen Widerstand stoßen und dementsprechend abgewandelt werden. Das verliert er eben dann. Und ich muss sagen, man hätte die Sohle etwas härter machen können. Man hätte die Gummimischung etwas härter wählen können, dann hätte man absolut keine Einschränkungen diesbezüglich gehabt und die Funktion wäre etwas länger haltbar gewesen. Weiche Gummimischungen, jetzt nur mal so ein kleiner Exkurs in die Welt der Schuhe. Weiche Gummimischungen werden vor allem dann eingesetzt, wenn es um Haftung und um Reibung geht. Harte Gummimischungen werden immer dann eingesetzt, wenn es um möglichst lange Haltbarkeit und Stabilität und Robustheit geht. Warum man sich hier für einen mittleren bis weichen Gummi entschieden hat, das weiß nur La Sportiva, dazu kann ich ehrlich gesagt nichts sagen, aber es ist definitiv meiner Meinung nach nicht die richtige Wahl gewesen. Warum es sein könnte, dass man sich dafür entschieden hat, ist, er ist super weich, flexibel und beweglich und dynamisch. Das kann man natürlich mit einem mittleren bis harten Gummi eher nicht so leicht bewerkstelligen und der harte Gummi, der ist auch tendenziell schwerer, weil er einfach dichter ist als ein weicher Gummi und somit kommt man dann eben zu diversen Problemen, was die Dynamik und das Gewicht betrifft. Das bedeutet, irgendwo kann man sich es schon herleiten, aber man hätte definitiv vielleicht eine etwas härtere Gummimischung wählen können. Wäre ein bisschen besser für den Schuh und für die Langlebigkeit. Die Tatsache, dass er so leicht ist, also wirklich, wirklich federleicht, er ist leichter als meine Straßenschuhe, die macht sich natürlich im Komfort in gewisser Weise bemerkbar. Das kann man zum Beispiel hier an der Zunge erkennen. Eine Zunge, die im Prinzip weniger als nicht vorhanden ist. Die Zunge ist minimal gepolstert, hier oben am Einstieg. Das verhindert vor allen Dingen, dass man sich bei kurzen Socken hier am Ansatz, am Rist irgendwie aufreiben könnte oder sowas, aber drunter direkt wieder Belüftung. Also belüftet wird sowieso alles bei dem Schuh, haben wir ja schon am Anfang geklärt. Und dementsprechend, ja, ich finde es etwas krass minimalistisch. Ich verstehe, dass dieser Schuh darauf konzipiert, dafür konzipiert wurde, möglichst leicht zu sein und damit auch wettkampftauglich zu sein und vor allen Dingen, ja, für Speed und Mittelstrecke gemacht worden ist. Den läufst du nicht 42 oder 78 oder 100 Kilometer. Das machst du wahrscheinlich nur einmal und dann wird es dir eine Lehre gewesen sein. Insofern verstehe ich den Minimalismus. Andererseits als Trainingsschuh finde ich ihn dafür fast schon ein bisschen zu unkomfortabel. Die Zunge ist wirklich dünn, wenn der Schuh sehr, sehr staubig wird. Bei trockenen Sommereinheiten zum Beispiel, wo ich ja diesen Schuh einsetze, weil ich setze im Sommer keinen GTX-Schuh oder keinen dicken, weichen Schuh ein, sondern ich will super gut belüftet sein, damit ich mir eben nichts abschwitze. Und deswegen, dafür ist er mir aber fast schon ein bisschen zu minimalistisch, denn wenn es sehr staubig ist, sehr trocken ist, auf dem Trail in der Erde sehr, sehr trocken ist, dann siedelt sich dieser Staub in den gesamten Belüftungsritzen und Rillen hier an. Und was dann passiert, ist, dass die Schnürung deutlich schwergängiger und auch ein bisschen schwieriger im Handling wird. Das bedeutet immer, wenn man sich den Schuh zuschnürt, das Schuhband, das verklebt richtig durch diesen ganzen Staub und den Dreck und die kleinen Ösen von der Schnürung ebenfalls und die Belüftungssysteme hier unter der Schnürung ebenfalls. Und das alles führt dazu, dass nach 3-4 Monaten im trockenen Wüstenstaub quasi der ganze Schuh ein bisschen versteift und ein bisschen schlecht belüftet wird und sich komisch angreift und insgesamt, man muss den hin und wieder waschen. Ich bin auch hin und wieder mit dem im Regen gelaufen und danach merkt man, der ist steif, der fühlt sich komisch an. Das liegt ihm einfach nicht. Das bedeutet, wenn ihr diesen Schuh verwenden wollt, achtet darauf, dass es trocken ist, dann lebt er viel länger. Er funktioniert im Nassen aber auch. Ihr müsst aber bedenken, dass es natürlich komplett durchgeht. Also alles. Feuchtigkeit, alles. Wirklich alles. Also selbst wenn es nicht regnet und es ist nur eine hohe Luftfeuchtigkeit, du kannst davon ausgehen, dass du das im Schuh spürst. Das ist wirklich brutal. Also hier gibt es keinen Schutz vor irgendwas. Auch die Sohle, wenn man mal auf einen harten Schneeuntergrund zum Beispiel auftritt, gut, dann funktioniert es. Aber sobald es mal ein bisschen tiefer ist und hier minimal in die belüftete Zone reinkommt, nass. Nass. Also, ja. Naja. Ansonsten, was kann man von der Wertigkeit her sagen? Verklebt ist er gut. Grüße an das Portiva. Also verklebt ist er wirklich gut. Man sieht keine Klebestellen. Ich könnte nirgends behaupten, dass er offen wäre. Ich könnte nirgends behaupten, dass der Gummi runter geht oder auch die Zwischensohle sich irgendwo löst. Nichts. Gar nichts. Wieso macht das Portiva das eigentlich nicht immer so? Schlecht fürs Marketing oder? Naja. Jedenfalls ist auf jeden Fall funktioniert alles top. Ich war über die Langleibigkeit tatsächlich erstaunt, was die Sohle und vor allen Dingen den Kleber betrifft. Da hat er mir eben keine Probleme gemacht. Da war ich sehr glücklich. Innenleben Ortolight. Gut, kann man nichts machen. Also Ortolight würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt verwenden. Das ist keine Sohle, keine echte, vernünftige, sportliche Einlegesohle, sondern das ist, da ist keine Dämpfung, da ist keine Unterstützung von irgendwas, da ist gar nichts. Also grundsätzlich, ja, würde ich auswechseln. Grundsätzlich, bei jedem Bergschuh, ihr investiert, kleiner Exkurs für alle Bergschuhe eigentlich, ihr investiert unfassbar viel Geld in den Bergschuh in der Regel. 200, 300, 400 Euro, 130 Euro bei dem hier. Und dann sind die meisten Leute zu geizig, sich eine vernünftige Einlegesohle zu besorgen, die vernünftig schützt, dämpft und vor allen Dingen vernünftig auch mit Schweiß umgehen kann, denn unsere Füße, sie schwitzen nun mal. Die Dinger fangen dann auch relativ schnell an zu stinken. Also da gibt es wirklich gute Lösungen, vor allen Dingen auch orthopädische Lösungen, die etwas besser an den eigenen Fuß angepasst sind als diese Standard-Einlegesohlen. Also investiert vielleicht auch mal 20, 30 Euro in eine vernünftige Einlegesohle. Die Ortholite-Sohlen, das sind Standard-Sohlen und ich würde sie nicht empfehlen. Also wenn man die Möglichkeit hat, sich was Professionelleres zuzulegen, dann tut das bitte unbedingt. Jetzt kommen wir noch zum Thema Passform. Wir haben eigentlich jetzt schon fast wieder alles durch. Die Schnürung, die Sohle, großes Thema, die Belüftung, das Material. Okay, jetzt fehlt uns noch die Passform. Er sieht schmal aus, oder? Er sieht sehr schmal aus. Der Eindruck täuscht. Der Eindruck täuscht gewaltig. Ich habe so richtige Schwimmflossen und die Schwimmflossen, die passen da super rein. Also perfekt. Er wird oft als schmal geschnitten verkauft. Und ich bin der Meinung, gerade hier im mittleren Bereich, im mittleren Fuß, stimmt das auch. Aber im Vorfuß ist er richtig breit. Also richtig breit. Und sogar für sehr, sehr breite Füße. Ich würde sagen, er ist mittel bis breit geeignet. Für mittlere bis breite Füße vorne geeignet. Aber selbst für sehr, sehr breite Füße könnte ich ihn empfehlen. Denn das Material hier ist so elastisch und flexibel, dass es sich relativ schnell anpasst. Also nach den ersten 10, 15, 20 Kilometern muss ich sagen, selbst mit sehr breiten Füßen sehe ich da überhaupt kein Thema, überhaupt kein Problem. Hinten haben wir eine normale Ferse. Normal im Sinne von, sie ist nicht für sehr, sehr schmale Fersen konzipiert. Da werdet ihr zu viel Spielraum haben. Auch in der Bewegung, als auch in der Bewegung. Also das würde ich dann eher, da würde ich dann eher vielleicht bei Dynafit schauen. Also grundsätzlich muss man sagen, passformtechnisch ist er sehr flexibel. Für super schmale Füße würde ich ihn nicht empfehlen. Wie gesagt, Dynafit hat er etwas bessere Schuhe, was die schmalen Füße betrifft. Aber für normale bis breite Füße ist das ein Allrounder. Und der ist vor allen Dingen sehr anpassungsfähig. Und insofern kann man nicht viel sagen. Und man kann ihn übrigens auch deutlich fester schnüren. Es ist nicht so, dass man Angst haben muss, dass die Schnürung sich dann hier irgendwie, dass die Schnürung so fest ist, dass sie sich von der Zwischensohle lösen würde. Das Material hier überhaupt nicht. Man kann den relativ hart hernehmen und er hält einiges aus. Also man kann den wirklich flexibel anpassen. Und das ist genau das, was ich bei einem Trailrunning Schuh erwarte und brauche. Gut, jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir noch rüber zum Einsatzgebiet. Aber das übernehme ja nicht ich. Sondern das übernimmt wie immer Sebastian. Das Einsatzgebiet des Bushidos gestaltet sich also ganz klar und deutlich. Straßenläufer haben mit dem Bushido keine große Freude. Schon gar nicht, wenn man etwas schwerer ist oder längere Distanzen vor sich hat. Klar wird von vornherein, der La Sportiva Bushido 2 ist fürs Gelände gemacht. Und beim Gelände kann man ihm grundsätzlich viel zumuten. Wobei gilt, je mehr ich ihm zumute, desto schwieriger wird es mit der Langlebigkeit. Aber das haben wir halt schon besprochen. Großes Manko sehe ich eben beim Sohlenabrieb über die Zeit. Die Sohle ist natürlich auch über längere Zeit grundsätzlich zu verwenden. Aber das nach unten stoppende und bremsende Design der Sohle, das flacht halt bald ab. Und was ihm dann zwar immer noch brauchbar und gemütlich bleiben lässt, aber eben den Funktionsrahmen einschränkt. Ich habe meinen Bushido 2 hart hergenommen, habe ihn auch in Terrain getestet, indem er sich nicht wohlfühlen sollte und er hat meistens eine deutlich bessere Figur gemacht, als ich mir das vorgestellt habe. Die Abnutzungen hat man nie währenddessen, sondern meist nach dem Einsatz gesehen. Für Felskontakt, Klettersteiger und Co. ist er einfach zu flexibel, zu brüchig, zu dünn, zu weich. Das ist einfach nicht sein Einsatzgebiet. Er kann es, er will es aber nicht. Und auch wenn ich ihn für Zustege hernehme, weil er einfach so federleicht ist, würde ich es trotzdem nicht uneingeschränkt empfehlen. Er ist und bleibt ein Schuh, der für Trails, vor allem aber für den Wettkampfsport über mittlere Distanzen perfekt geeignet ist. Er gibt viel Feedback vom Boden. Man weiß genau, wie man am Boden steht und wie man sich wieder abdrücken kann. Beim Preis kann man sagen, dass er mittlerweile relativ okay ist. Für 120 bis 130 Euro kann man ihn sich schon besorgen. Vom UVP bei satten 160 Euro würde ich persönlich jedoch zurückschrecken, weil das einfach vergleichbare Konkurrenz für etwas weniger Geld gibt. Mittlerweile aber definitiv in der Mittelklasse angekommen. Aber jetzt zum Fazit. Der Lasportiva Bushido 2 ist ein breiteinsetzbarer Schuh. Also im Prinzip viel Einsatzmöglichkeit bei relativ wenig Schuh. Dafür, dass er so wenig Schuh ist, kann man ihm zumindest nicht sämtlichen Komfort absprechen. Doch gerade im Bereich Zunge und Schaft hat man mit ihm einfach jeglichen Gramm zu viel abgenommen. Und wer komfortable Schuhe kennt oder vielleicht auch klassische Laufschuhe, wird im ersten Moment definitiv ein ungewohntes Feeling entdecken. Ob man damit klarkommt oder es vielleicht sogar lieben lernt, bleibt dann natürlich eine individuelle Frage. Nach unserem neuen Punktesystem vergeben wir 8 von 10 Punkte. Zwei Punkte Abzug. Einerseits, weil das größte Feature der Sohle relativ schnell kein Feature mehr ist. Und andererseits, weil ein paar Kleinigkeiten an Komfort definitiv nicht wehgetan hätten. Alles in allem aber eine Kaufempfehlung für die entsprechende Zielgruppe. Wenn euch der heutige Test gefallen hat, dann vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil. Wir sehen uns beim nächsten Mal.